hallo zusammen mein musikantenfreund leo de vogel aus den niederlanden hat mir einen youtube link zugesandt ihm gefällt der titel my special prayer in einer instrumentalen version besonders gut und zwar wird das mit einer e-gitarre interpretiert sehr romantisch mit viel schlagerhall und das ist relativ einfach nachzuspielen gerne erfülle ich den wunsch von leo also die solo gitarre übernimmt eine strat und die einwürfe der linken hand ebenfalls eine gitarre und das ganze natürlich mit einem kräftigen schusshall also über das menü in den master effekt und dann sieht man hier die effekte für die rechte hand ein reverb hall und ein delay und das ganze habe ich natürlich im mixer im fx send relativ hoch eingestellt hier für die rechte hand hier für die linke hand und zusätzlich habe ich die melodie gitarre noch mit einem insert effekt versehen und zwar einem chorus und hier nun meine hörprobe wie diese kombination klingt so 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 so